Das Autohaus Stiegeler veranstaltete am Sonnabend, den 17. Mai, einen Green Mobility Day. Der Star an diesem Tag, der einzige Plug-in-Hybrid-SUV der Welt, der Mitsubishi Outlander. Begeistert nutzten die Besucher die Gelegenheit zu einer Probefahrt. Der hat eine Reichweite von über 800 km. Ja. Außerdem gab es ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Das Autohaus Stiegeler, lizenzierter Mitsubishi, Fiat- und Motorwellhändler, finden Sie in der Quakenbrücker Straße 24 in Menzlage oder in Kloppenburg in der Max-Planck-Straße 8. Weitere Informationen zum Sortiment und zur Autovermietung finden Sie im Internet unter autohaus-stiegeler.de